Hallihallo, Hallöchen liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Raumdesign. Ja, hatten wir jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr. Liegt wahrscheinlich daran, dass, ähm, ja, mit der letzten Bildreihe war und so weiter, dass ich halt da eher beschäftigt war und da nicht so die große Lust hatte, noch einen Raum irgendwie dazu zu basteln. Ähm, aber jetzt, da ja jetzt gerade aktuell ein kleines bisschen Pause war mit der letzten Bildreihe, ähm, einmal gedacht, schmeißt du nochmal kurz zwischendurch, ne, Raum, ja, Raumdesign hier mal, äh, in den Raum. Äh, warte mal. Ja, wie man hört, ich bin ein bisschen krank. Ich hatte es auch schon auf Facebook geschrieben gehabt, äh, weshalb ja momentan auch kein Let's Bild kommt. Ähm, Grund war ja, dass, ne, Halloween und so weiter kam, halt irgendwo dazwischen, so spontan, weiß auch nicht. Ähm, dass meine Leute sagten, boah, lass uns doch mal ein bisschen Halloween feiern. Und, ähm, da war ich dann wieder beschäftigt, ne, wie, wie, wie kostümiere ich mich und so weiter. Ähm, hab da ein bisschen Zeit drin investiert. Und hatte letzten Endes auch keine Videoaufnahmen mehr für die Let's Bildreihe, die ich dann halt bequatschen konnte. Sprech, ich musste dann erstmal weiter aufnehmen. Habe ich die letzten Tage auch ein bisschen gemacht. Und, äh, das Spa ist jetzt auch fast fertig eingerichtet. Ich glaube, es fehlt jetzt nur noch eine Etage. Oben die ganz letzte. Und dann ist das Ding soweit auch fertig. Also wird Let's Bild jetzt demnächst auch weitergehen. Für diejenigen, die drauf warten. Weil, haben ja schon viele, viele geschrieben gehabt. Passi, wann geht's denn weiter? Was soll denn das hier mit? Äh, ja gut, ne, wie ich ja immer sag, Privatleben geht ein bisschen vor. Und dass ich jetzt krank geworden bin, ja, passiert halt. Und bin halt jetzt keiner, der großartig vorproduziert. Und wie gesagt, kann ich gar nicht riechen, dass ich jetzt irgendwie ein bisschen doch krank werde. Aber ich denke mal, die Halloween-Nacht, ähm, ja, kam mir zum Verhängnis irgendwie. Oder wollte mir zum Verhängnis. Da ich ja doch die Hose aufgerissen hatte. Hier und da Löcher und überhaupt. Und es war aber schon kalt nachts um 3, halb 4, als ich nach Hause gegangen bin. Ich denke mal schon, dass ich mir da irgendwie was eingefangen habe. Ja, jetzt hier, wie gesagt, noch ein kleines Halloween-Räumchen, sag ich mal. So ein kleines Party-Räumchen. Habe mir gedacht, ich, ja, tobe mich da ein bisschen aus. Ähm, und mache das Ganze auch ein bisschen verspielter. Ja, so, ähm, denke ich immer, passt ganz gut für eine Halloween-Party. Habe halt alle möglichen, ähm, Objekte, beziehungsweise eigentlich alle Objekte genutzt, die es halt in Grusel-Accessoires gibt. Ähm, habe versucht, das Ganze so ein bisschen, ähm, ja, ordentlich anzuordnen, aufzubauen und so weiter, dass es einigermaßen auf was aussieht. Ähm, und, ja, das ist jetzt halt dieses kleine Ergebnis. Ist zwar ein bisschen später als, ähm, als, als, als Halloween, aber wie gesagt, ich kam nicht eher dazu. Ich wollte ein, was, Brondi jetzt hier, hackt's. Ähm, ich wollte eigentlich auch pöglich zu Halloween eigentlich mein großes Spooky-Haus fertig haben. Ähm, mit einem, mit einem kleinen Halloween-Special-Video und so weiter. Aber das wurde leider auch nix. Ähm, bin jetzt am überlegen, ob ich tatsächlich noch eventuell, äh, daraus ein kleines Special machen soll. So ein Halloween-Special, wenn ihr darauf Bock habt, gerne mal ein Däumchen nach oben oder schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das wollt. Ähm, dann, dann, weiß ich nicht, ich wollte halt mich selbst auch noch ein bisschen kostümieren, dann noch mal vor die Kamera und so weiter. Ähm, wie gesagt, eure Meinung dazu, gerne mal runter, 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 runden, runden, ne, genau, runden, runter in die Kommentare. Wäre super. Ja, ansonsten war bei mir Halloween eigentlich recht, recht gut. Hat Spaß gemacht. Wir hatten zuerst, haben uns mit ein paar Leuten bei mir getroffen. Ich glaube, wir sind nicht acht, neun Leute waren bei mir zu Hause, hier saßen wir hier. Ja, und sind dann gegen zehn Uhr sowas, sind wir dann losgeschlendert durch die Straßen, alle kostümiert. Und, äh, waren dann auf dem Weg in unsere kleine Pappmeile, Kneipenmeile, sag ich mal, in Harburg. Und, ja, haben da ein bisschen geschwurft und Spaß gehabt und so weiter. Und irgendwann dann halt, wie gesagt, gegen drei, vier Meter nach Hause. War ganz interessant auf dem Weg dorthin, da kamen uns auch andere Leute entgegen, komischerweise. Und, äh, ich hab's mal einfach nicht nehmen lassen und, äh, gab halt so diverse Situationen. Da kamen, weiß ich nicht, wie viele waren das, so ein Trupp von zehn bis 15 Leute kamen uns entgegen. Und, ähm, abgewartet, bis sie knapp vor mir waren. Und, na, bin ich halt ein bisschen ausgerastet und, na, haben sie alle geschrien und sind weggerannt. Und, selbst die Kerle fand ich recht amüsant und meine Leute auch, die haben uns total gefeiert und, ja, wir hatten Spaß. Und solche Situationen gab's dann einige Male, dass die Leute zusammengezuckt sind, nur weil ich an ihr vorbeigelaufen bin. War ganz cool, also, äh, der eine oder andere kennt ja vielleicht, ähm, das Kostüm, was ich dieses Jahr hatte. Ja, die hatte ich ja auf, äh, Instagram und auch auf Facebook hier und da gepostet gehabt. Falls ihr das noch nicht kennt und der mal schauen möchte, könnt ihr mir gerne auf Instagram direkt auch vielleicht folgen, ne, findet ihr mich auch unter Sims-Fabrik. Alle Links findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Äh, gerne mal raufklicken, durchschauen und, äh, ein bisschen Zeit vertreiben, wenn man Langeweile hat, kann man das doch gerne mal machen. Also, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen, wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit dem Rest vom Video. Meine Stimme, die macht gerade schon wieder einen Abdampfer. Und hoffe, wir sehen uns bald wieder beim Letztbild hier auf Sims-Fabrik. Also, bei den nächsten Tagen geht's dann weiter. Vielleicht noch diese Woche, kann ich nicht versprechen, aber nächste Woche auf jeden Fall. Ich sag vielen Dank für die Treue die ganze Zeit über. Ja, find ich wirklich toll, Support und so weiter. Ihr seid klasse, wirklich, wirklich toll. Und, äh, sag jetzt auch, macht's gut, bleibt gesund und, äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020